Yo Leute, Dienstag 21. Dezember. Ich fahre jetzt zu meiner Abholstation und hole meinen Actifire Feuerwerk ab. Auch das für einen Kollegen, ein paar fette Verbünde, Batterien und Kleinzeug ist dabei. Wir sehen uns gleich dort. So Leute, und ich bin zu Hause. Das hier, diese Pakete, gehören alle meinen Kollegen, sind nicht ich. Wir haben hier einmal die 4 in 1 Showbox von Piromax. Videos dazu kommen dann aber vielleicht auch. Von der gibt es übrigens schon Video. Dann haben wir hier die 100% von Iskra Funke, die Tears from Heaven, die Azul. Und was das obige Paket hier ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da ist Kleinzeug drinnen noch. Von Iskra Funke, 1500g in M. Richtig heftig. Tears from Heaven, Azul. Auch mega heftige Teile. So, und da bin ich mit dem letzten Paket von Actifire. Das ist jetzt meins. Der anderen 5 hören alle meinen Kollegen. So, wir schauen uns mal direkt hier rein. So, wir haben einmal, zweimal. So, das war's schon. Und zwar fangen wir mal an. Hier, erster Tick. Ich hoffe, es spiegelt hier nicht zu sehr. Das Licht ist hier nicht zu optimal. Backyard Party von Leslie. Da ist auch einiges hier an Cut 1 mit dabei. Ein paar Böllerchen. Einfach so für vor 0 Uhr oder für unterm Jahr nächstes Jahr mal werde ich das dann verballern für ein eigenes Vorfreude Video. Ja, wir haben hier auch einige Raketen enthalten. Bam. Dann habe ich mir hier bestellt die Silberblitz Raketen. Ich habe mir die etwas größer vorgestellt. Die haben 6g M. Silberschweifaufstieg mit Titanknall oder Silberfunkenknall. Ne, gar kein Titanknall. Einfach nur ein normaler Blitzknall. Dann einmal noch die Scream Rocket 2 Three Stage. Okay, das sind jetzt die Three Stage. Die sind ja wieder anders. Die haben drei unterschiedliche Heultöne. Ist leider ein Leitstab abgebrochen. Kann passieren. 57g NM auf 6 Raketen. Fast 10g. Diesmal ist auch wieder ein bisschen P1 mit dabei. Vorher haben wir hier noch die Dumbo Rotate. Das sind Spinner. Das sind 20 Stück drin enthalten. Müssten in F1 zugelassen. T1 sind die. Alles klar. Dann, weil sie mir richtig gut gefallen haben, haben wir hier zwei Mal die Titan Ball Groß von Argento. Mega heftige Teile. Sind viel besser wie die Big Balls. Also da werde ich zumindest eine Packung verzünden dieses Jahr. Ich habe da einen Cracking Ball Vergleich gemacht. Den könnt ihr euch auch mal anschauen. Wenn ich darüber denke, verlinke ich das Video euch mal. Dann hier nochmal Zehner Troino. 20 Stück P1 Schallzeuger. Spanisch Cracker. 40g NM. Also wir haben 2g pro Stück. Richtig heftige Teile. Einmal Zono Blue 5 noch von Funke. Das muss einfach sein. So für P1 Compilations werde ich die mal nutzen. Dann haben wir hier Flash Fire. Was das ist? Keine Ahnung. Leslie. Kategorie 2. 240g NM. Also da ist richtig was drin. 20g pro Stück. Das ist wirklich heftig. Für diese Mini Packung. Das sind so Bengaltöpfe mit purpurenem Crackling scheinbar. Ich habe mir die bestellt. Einfach so habe ich mir die mitgenommen. Okay. Wir haben nochmal Zitarnball groß. Also werde ich mir dreimal bestellen. Dann haben wir hier die Geysir Kaliber C. Absoluter Fan von den Teilen. Müsste ich draußen auch noch eine Schachtel haben. Werde ich auch nochmal in der Mischung mit aufnehmen. Dieses Jahr oder nächstes Jahr. Dann nochmal P1. Tatsächlich. Exploder 4. Auch einfach heftige Teile. Nochmal gesichert. Dann die Org. 4 Stück Crackling Bombs. Die schauen so aus. Das sind so eine Art Big Balls. Nur eben in einem Crackling Topf. Die sind in der Kategorie F2 zugelassen. Haben auch. Ne. Haben 15g pro Stück. Sind auch von Leslie. Bin ich sehr gespannt drauf. Muss ich schon sagen. Einmal zum Testen. Die Laser Balls. Moskitos von Funke Feuerwerk oder Agentor. Dann haben wir noch eine Sache. Hier die Blitzis. Von Leslie. Beziehungsweise Zehner. Herlad Feuerwerke. Leslie ist das glaube ich. Ja er ist Leslie. Da haben wir Bombenrohre. mit 20g M pro Stück. Tieftonheuler Bombenrohre. Mit anschließender. Mit anschließender. Zerlegung mit Blink. Bukets glaube ich. Also Blink Sterne. Sollen auch sehr geil sein. Habe ich mir deshalb mitgenommen. Da haben wir hier die Color Thunder von Agento. Salute Batterie mit bunten Aufstieg und Titanzerlegung. 200g. 25 Schuss. Auch mal mitgenommen. Wäre ich dieses Jahr bestimmt zünden. Dann dieses Maragd. Von Agento. Wir haben hier 20 Sekunden. 138g. 10 Schuss Kaliber 25. Titangold Weide mit grünen Blinkern. Also auch ein sehr geiler Effekt. Einfach mal mitgenommen. Dann haben wir hier auch noch eine etwas größere. Die Violetta von Agento. Hier habe wir 30mm Kaliber. 21 Sekunden. 13 Schuss mit 325g. Goldblinker Feuertöpfe. Blinksternpokets in grün und gold mit violetten Dahliensternen. Also richtig nice. Und als letztes haben wir noch die Balza. Top Tile. Kaliber 25. 10 Schuss. 138g. Blauer Leuchtsporaufstieg zu Titangold Weide mit Verwandlung zu Silbercrackern. Ja, ich lege das jetzt nochmal kurz auf für eine Gesamtübersicht für euch Leute. ... Bis zum nächsten Mal.